Und er war da doch letztes Mal noch, wo ist denn der Hitze? Lol, Sepp der Zombie war oben in dem Gang da drüber Jaja sag ich ja, und dann ist er runtergespawnt quasi Ja, aber der stand immer noch in dem... Aua! Alter! Lol, die... Alter! Wo ist denn der, wo ist er jetzt? Ist er nicht mehr, ne? Nein! Oh, Peter ist so... Wo bist du denn? Wie hast du das denn geschafft? Oh, mich hat aber auch... Peter warst nicht gerade am Leveln Jaa Okay, der sieht an trotzdem Hahaha Gerade Ey, Peter, wie viele Level haben mir noch gefehlt? 7, 6, 5? 7 bis Level 38 Ja, hammer geil, wa? Soll ich mal? Ja, halt nochmal 38 Level Ja, wollte ich grad sagen, ist doch easy Ja, Peter, geht doch schnell Aber die Monsterfalle ist jetzt grad belegt, weil da muss ich jetzt meine letzten 2 Level machen Ah, die wollte in der Zeit aufnehmen, sagt er, ist kein Problem Alter, wo kommst du denn? Nicht auf meinem Schiff, du Wichser, verpiss dich Oh Gott, ich hab ne Poison of Harming selbst getroffen Also, Christian, du bist ja echt ein... Was willst du? Du bist ja echt ein... Ach, Menno, ey, den kann man ja nicht mal überlegen So ein Rabook, ey Einfach meinen Baum hier zu beschädigen Dennis, kannst du dich einfach einen zweiten bauen, der den auch killt Ja, aber einer wird ja überleben Ja, aber einer wird ja überleben Fetten, die sich gegenseitig Ja, aber dann wird ja schon zum einer überleben Wie? Ja, und wir töten dann, wir töten dann halt vor... den... den Typen, nachdem die sich so stark verwundet haben Sollte die nicht mehr so viel Leben haben Die werden ja ungefähr gleich statt sein Oh, fünf Leute hab ich rausgekriegt noch von meinem Toten Wo bist du eigentlich in die Luft geflogen, Piet? Ach, ich war auf Monsterjagd, dann ist mir das Essen ausgegangen, dann wollte ich zurück Und dann bin ich in ne Höhle gefallen und dann war auf einmal ein Creeper und ja Du hattest aber schon wieder Diamantrüstung und so, wa? Ja, warte ich Ach, Jay, ich hab übrigens noch 46 Schleimkügelchen, falls du noch welche brauchst Oh, cool, na, mal gucken Mal abchecken, ob das hier funktioniert Ja, wollte ich nur gesagt haben, also... Ich hab dafür momentan keine Verwendung Aber immerhin will er die wieder haben, mit Sinsistenz Ne, ich bin ja nicht so wie du Ich bin ja nicht so ein gieriger, ne? Ja, was denn? Ja, weiß genau, was ich mein Ein M oder was? Nee Ein Y Mimimimi Das war jetzt kackiges Glaub ich Warum sprichst du einfach in die Löcher rein? Okay, funktioniert das schon nicht Wie kann ich denn das mit dem Hebel der Redstone wieder ausmachen? Warum funktioniert denn das nicht? Wie kann ich denn das mit dem Hebel der Redstone wieder ausmachen? Warum funktioniert denn das nicht? Also, damit... Damit, damit, damit die erstmal... ... soweit kommen? Oua... What the fuck was war das denn? der die 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 musik ist da die 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 ich ist Das ist ja ölig, aber jetzt haben wir die gleiche Düs. Also wie wäre das denn mein, wenn man so eine Endertruhe wieder kaputt macht, kriegt man nur das Obsidian wieder, ne? Ja. Ach, Brüder. Noch ne Disc haben wir nice. Komm, komm. Loll, das ist schon wieder cat. Ich muss nur ne Jukebox machen. So. Und ihr wisst doch da hinten unterwegs, wo mein, mein Nebenbau war. Verdammt. What the fuck? Hört ihr mich noch? Ja. Okay. Was soll Minecraft denn jetzt hier von mir, ey? Lägt mich am Arsch. Lass mich hier doch nicht verarschen, ey. So, Christian, dann komme ich mal zu dir leveln. Die Frage ist jetzt, was will ich verzaubern? Das solltest du natürlich lösen. Ja, Schwert. Pickaxe? Ja. Vielleicht pickaxe, um weiterzufahren. Pickaxe, ja gut, man kann mit allem Glück und mit allem Pech haben. Aber hoffe auf Efficiency. Ja, ich hätte gerne Haltbarkeit. Ah ja, stimmt. Fortune. Auf jeden Fall. Ja, oder Glück, ja mittlerweile kann man die Scheiße ja reparieren. Mit Fortune eben aus vier so Diamantblöcken elf Diamanten rausgeholt. Das ist natürlich nice. Aber die Fortune benutzt du, glaube ich, oder zumindest war dazu mein Gedanke, die Fortune benutzt du dann irgendwie nur bei geilen Sachen. Man bräuchte noch irgendeine andere Pickaxe, um dann vernünftig zu farmen. Alter, was für ein monstermäßiger Schleim. Oder hast du so Gänge auch mit der Fortune gebaut, Christian? Näääää. Das ist ja irgendwie Verschwendung, ja. Damit wird nur Diamant abgebaut und nichts anderes. Das wäre ja Quatsch. Alter, Christian, nehmt die Schleime hier bei dir. Guck mal, wie viele da sind. Ich wüsste ja gar nicht, wo die plötzlich herkommen. Das war doch sonst nie so. Ja, das ist neuerdings wohl so, dass die im Sumpf spawnen. Alter, du hast rote Schafe? Ja. Wo kommen die denn her? So gehabt. Hast du die gefärbt? Ja. Rote Schafe. Alter Schwede. War das nicht alles gibt, wahr? Da unten ist ja der Ruhrenflip. Na, warte, habe ich direkt an der Stelle verdient. Ja, das habe ich mir auch gerade gesagt. Ach, Mann. Was er nur am beleidigen ist, der kleine Luder, ey. Oh, die geile Mucke, Junge. Wie höre ist das denn? Das kann um nur ein Ton abgespielt werden. Oh, das heißt, ich habe die eine Jukebox jetzt völlig umsonst gebaut. Braucht man da nicht auch einen Diamanten? Oh, wir sind Zombies und Spinnen und alles. Kann man die Pistendinger auch auf dem Kopf bauen? Was man von oben hochhebt? Oh, das musst du mal ein bisschen genauer erklären. Also ich hochziehe, quasi. Ja. Wie dreh ich die denn? Du musst die von unten an etwas dran bauen. An einen Block, der quasi da drüber ist. Alter, wie schnell das mit dem Level geht, er leckt mir die Nüsstchen, ne? Äh, das verstehe ich nicht. Nein, ich habe einen Block.